Hallo und Willkommen zurück bei Voyager Play. Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, nachdem ich tot war und bin ins Common Wolf zurückgereist, habe mir Stimpaks gekauft und mich ein bisschen aufgerüstet und habe entschlossen, diese Waffe zu nehmen. Aber die haben sich doch ein bisschen insiegt. Das ist die Robco-Battlezone. Ich habe viele Robots in dieser Zeit. Willkommen aus der Robco-Battlezone. Bitte finden Sie eine Sitzung. Die Robco-Battlezone beginnt in nur fünf Minuten. Besser. Wenn ich die Hecke... Nostante W für die underscore fruitful werden sie in derихke Ktolje r Spannend zu redest in diesem feedssystem. Ja, wir haben ein Mensch выбergreus. Oh komm. Let's go over here. Continue. Ja, Ivy liebt das. Hey, Ticketrolle. Hey, ich habe eine ganze Ticketrolle genommen. Das wird schön schwer. Wo trage ich die? Auf dem Rücken? Auf dem Kopf? Ich nehme mal irgendwie eine Cola oder so. Ich nehme mal irgendwie eine Cola oder so. Warum habe ich das abgesammelt? Oh, Flex. Ah, das hört sich doch gut an in meinen Ohren. Das hört sich richtig gut an. Das ist meine Ohren. Das ist meine Ohren. Das ist meine Ohren. Das ist meine Ohren. Auch. Das ist meine Ohren. Okay. Das ist meine Ohren. Oh, ist mein Freund explodiert? Jo. Das sind zwei Lägelehrer. Wundervoll. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Ich wusste ja, dass die explodieren, aber... Was? Was ist hier los? Was ist hier? Was ist hier wohl noch so eine Rolle? Noch so eine Ticketrolle? Warum kann ich die hier nehmen? Was ist hier? So, nur mal kurz So, bin wir da da Da, bin wir da Oh, der hat Goldüberzug Ach, natürlich, für die Show hat der Goldüberzug Wo ist Ivy? Da Nein, bin ich nicht Nein, nein, nein Und es ist Zeit für die Robco Battlezone! Wo? Oh, ich hätte mir davon mehr craften sollen. Nee, ich will kein Novatron. Deshalb weggehen. Ja, kämpft. Das ist ein Roboter-Kampf. Kämpft. Das ist Cookie. Jetzt können... Bin ich jetzt hier fertig? Kann ich jetzt hier gehen? Nee. Irgendwas muss hier noch sein. Da kommen noch welche, ne? Dann machen wir dich jetzt kaputt. Nee. Mir reicht's. Mir reicht's. Ja. 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 Ah, das ist ja sehr. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Geh. Was ist das? Fuck, get down! Ich bin jetzt hier. Oh! Roller, target log lost. Beginning search pattern delta. Seven. Target log status. Breathe. Re-engaging hostile target. Re-engaging hostile target. Use multiple force in progress. Non-combatant. Safety cannot be eliminated. Long lost. Neutralization by basic. No more. . . . . Oh, du Scheiße. Gut, dass er da nicht wegkommt, ist der klobiger Kerl hier. Oh, du Scheiße. Ist er tot? Nee. Wo ist er? Ist er in die Erde geblötscht? Oh. Krass. Wie kriegen den da jetzt tot? Wie konnte das passieren? Okay, hat sich offensichtlich erledigt. Oh. Ja. Ja. Souvenir-Shop. Wisst ihr, ich stehe auf Souvenir-Shops, aber ich bin gerade so ein bisschen... Oh. 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 Oh, fuck you up for that. Hä? Okay, die Frage ist, wo muss ich... Wo muss ich jetzt hin? Oh, du, ich sehe schon, wie viel Munition habe ich denn noch. Ach du Kacke. ...und... Oh. Das ist... ...nicht... ...seriously... ...for real. Okay. Wie? Greift er mich gar nicht an? Oh, ich habe so Angst. Save schneller. Ah, ich fühle mich besser. Für den Moment wahrscheinlich, bevor irgendwas Blödes passiert. Hier unten ist voll verstrahlt. Okay, ich wurde plötzlich woanders hingewordert? Was? Wo bin ich? Was? Aber ich habe sie safe. Nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Fuck, was passiert hier? Was deactivated, but there are still traces of the king persona That's strange What's that surge happening there? Stay the fuck away from my baby What? Oh, I have to fall the king's out oh oh ist er los Was passiert? Oh, das muss ich mal kurz erstmal, ich muss mir was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da.